The streets will never forget Herbert Mucki Wieger. 296 Spiele, 100 Tore. Dieser Mann hat Liga 2 gelebt wie kaum ein anderer. Als der Stürmer im Sommer 1992 im Vienna Trikot sein Zweitliga-Debüt gab, sah die Liga noch ganz anders aus. Luftgraz, FC Buch, Oberwart und der VVC hießen die Gegner. 5766 Tage später lief er zum letzten Mal für Kaffenberg auf. In den fast 16 Jahren dazwischen stimmte Mucki Wieger in Liga 2 neben der Vienna und den KSV auch für den GERK, den FC Kärnten und die Admirer. Dreimal stieg er auf, absolvierte fast 150 Bundesliga-Partien. Mit über 50 Jahren stand er im Unterhaus noch auf dem Platz. Auf einer Skala von 1 bis 100, wie legendär war Herbert Mucki Wieger. Patrick. Wieso lässt du mich zuerst? So. 71. Kaffenberg-Legende 77. Von mir kriegt Mucki Wieger eine 82. Zwarer-Konferenz, Episode 88. Gehen wir es an. Geht's? Und ich schaue da rein. Achso. Ah. Okay. Muss auf der Rüste. Ich schaue an Liga 2. Auf Laula 1. Ich schaue an Liga 2. Ich kenne mich nicht aus, deswegen schaue ich mich das gar nicht an. Hallo und herzlich willkommen zur Zwarer-Konferenz. Wir schreiben Episode 88. Und zu Beginn würde ich gerne mit euch über diese Szene sprechen, Harald und Patrick. Was für ein Tor von Kilian Bauernfeind auf der Hohen Warte gegen die Wiener. Schöner Luftverschlag. Also richtig schön ins Tor. Ich war zwar beim Match, aber ich habe das Tor nicht gesehen. Ich war gerade am Weg auf die Toilette. Mir wurde dann berichtet über dieses Tor. Ich habe dann natürlich gleich auf Laula 1 nachgeschaut nochmal und war dann sehr überrascht. Es war sehr, sehr feine Klinge. Während eines laufenden Fußballspiels aufs Klo zu müssen, geht nicht. Es war wirklich schon höchste Eisenbahn. Ja, du musst die ja an. Und da brunst du es an. Nein, das ist wirklich nicht okay. Eine Minute vor Abpfiff und die Wiener war eh hinten da. Aber ich dachte, ich muss aufs Heißel. Nein, das ist nicht okay. Da muss man besser planen können. Du machst das ja vom Stadion runter, also von der Tribüne. Ja, stimmt. Da kommen Geschichten wieder. Das kannst du vielleicht auch mal heute als Anekdote zwischendurch mal einströmen. Da hat definitiv ein Tor des Monatspotenzial meiner Meinung nach. Kilian Bauernfeind wirklich sehr stark gemacht. Wir haben es ein bisschen schwierig in dieser Episode. Denn gefühlt ist sportlich oben wie unten vieles schon entschieden. Daher geben wir heute ein bisschen einen anderen Weg, haben ein größeres Thema rausgepickt, nämlich neue Trainer braucht das Land. Und das ist auch schon dein Take, Harald. Ja, danke, dass du meine Schlagzeile schon vorweg nimmst. Achso, Entschuldigung. Aber ist okay. Meine Schlagzeile. Neue Trainer braucht das Land. Der FB hat die 13 TeilnehmerInnen am UEFA-Pro-Diplom der höchstmöglichen Trainerausbildung bekannt gegeben. Und da sind jede Menge interessante Menschen dabei. Mit Vergangenheit und oder Zukunft in der Admiral 2. Liga. Die Frauen und die zwölf Männer, die es in den Kurs geschafft haben, dürfen somit in allen höchsten Spielklassen als CheftrainerInnen auf der Bank sitzen. Merkt euch diese Namen. Ihr werdet noch viel von ihnen hören. Und ich würde sagen, wir gehen sie jetzt einfach einmal kurz durch. Ja, können wir das so gerne machen. Ich meine, es sind ja auch mit der Liga 2 Gegenwart. Richtig. Also es sind 13 Namen. Ich gehe sie ganz kurz alphabetisch durch. Wir haben Wilco Bauer, ein Deutscher, der aktueller U15-Trainer von Red Bull Salzburg ist. Wir haben Daniel Beichler, aktuell U18-Trainer von Red Bull Salzburg. Lise Brancao, eine Brasilianerin, die Cheftrainerin der SK in St. Pölten Frauen ist. Sargon Duran, Cheftrainer der SK Sturm Frauen. Patrick Enengel, Cheftrainer des SKU am Stetten. Alexander Gizhoff, ein Bulgare, den wir auch gut kennen, der aktuell Co-Trainer in seiner Heimat bei ZSK Sofia ist. Dominik Klavoga, der zuletzt beim FC Teutonia Ottensen war. Alexander Hauser, Co-Trainer von Red Bull Salzburg. Stefan Kulowicz, Co-Trainer von Rapid Wien. Stefan Meierhofer, Individualtrainer in der Akademie Burgenland. Den Schottenmark McCormick, aktuell Co-Trainer bei der SV Ried. Luka Pavlovich, Cheftrainer der LASK-Amateure und Philipp Riederer, Trainer des SV Horn. Es sind viele interessante Namen dabei. Klar, so ins Auge springt gleich mal Stefan Meierhofer. Den kann ich mir sehr gut auch auf der Ersatzbank als Trainer vorstellen. Sicherlich auch einer, der viele Pressekonferenzen zu einem Erlebnis machen würde. Auf jeden Fall ein sehr spezieller Typ. Springt mir auf jeden Fall ins Auge, aber Daniel Beichler, das ist mir auch auf jeden Fall im Kopf geblieben von all den Namen, die was genannt wurden. Auch sehr bekannt. Stefan Meierhofer ist letztens im Podcast gehört, man kennt sich, man schätzt sich. Auch da eine Empfehlung. Ateno Hiu und Dino Casali. Stefan Meierhofer bei der Premieren-Ausgabe zu Gast und Stefan Meierhofer hat sich gleich einmal in Stellung gebracht. Er hat gesagt, der logische nächste Rapid-Cheftrainer ist Stefan Kulowicz, aber dann war er zu er. Major-like. Das ist aber genau das, was man eben auch von Stefan Meierhofer erwartet und er bringt sich eben auch immer wieder ins Gespräch. Das ist gut, das kann er und er hat da wirklich auch in seiner Karriere, glaube ich, wirklich auch das Maximum rausgeholt. Und ich glaube, dass der auch richtig viel Potenzial hat, als Trainer dann auch abzuliefern. Der gibt sicher Power an der Seitenlinie. Also wenn du da mal einen Ball verlierst, der schreit dich an. Ich sehe das richtig vor mir, wie die Spieler, die was alle kleiner sind als er, weil er mit seinem 2-Meter-2-Körper-Maß auf jeden Fall ein bisschen auf die herunterschaut. Die werden dann noch kleiner werden. Daniel Beichler haben wir ja auch schon angesprochen, wir haben genießt einen ausgezeichneten Ruf in Salzburg. Von dem halten sie wirklich viel. Daniel ist wahrscheinlich der nächste Liefering-Trainer, hätte ich jetzt einmal gesagt. Luka Pavlovich kennt man noch nicht so, soll aber auch richtig salientiert sein bei den Lasker-Amateuren. Ja, schön, dass es die dritte Frau reingeschafft hat. Lise Brankao. Lise Brankao, nachher Irene Fuhrmann und Maria Wolf. Die dritte, die dann am Ende des Tages die Pro-Lizenz haben wird. Ich bin als Aktive schon stark unterwegs gewesen, Serienmeisterin mit Neulengbach gewesen, bevor dann der SKN so ein bisschen auch die Macht übernommen hat im österreichischen Frauenfußball, führte den SKN zuletzt auch zweimal in die Champions League. Wann ist denn der österreichische Männerfußball ready für eine Trainerin? Das frage ich mich generell, weil es gibt ja auch das Phänomen Mann trainiert Frauenmannschaft. Also wieso eigentlich nicht umgekehrt? Sagan Durran. Ja, Sagan Durran zum Beispiel. Sagan Durran, das ist aktuell in dem Polizenzkurs. Das ist eine gute Frage. Ich frage mich tatsächlich, wann sich der Erste, ich sage jetzt einmal, drüber traut. Ich meine, das braucht ja jetzt kein, warum sollte eine Frau das schlechter machen können als ein Mann. Es geht wahrscheinlich mehr um die öffentliche Wahrnehmung, aber ja, es ist Zeit einer Frau, die Chance zu geben. Je früher, desto besser. Sehe ich nicht anders. Also von dem her, da bin ich auch schon gespannt, ob es dann vielleicht auch Lise Brankao sein wird. Ich meine, du hast Daniel Beichler schon angesprochen, ich finde es ja auch ganz interessant, seit 2017 ist der bereits im Trainergeschäft. Ich kann mich gar nicht mehr erinnern, dass der so frühzeitig die Karriere beendet hat. Überrascht mich auch sehr. Der ist jetzt 35 Jahre, wenn er 2017 schon ins Trainergeschäft eingestiegen ist, dann war er 28 Jahre alt. Naja, aber das war doch dieses Ende da in St. Pölten, das irgendwie unschön war. Ja, stimmt, aber trotzdem, die Karriere von Daniel Beichler, Hochzeiten bei Sturm Graz gehabt, dann dieser Wechsel zu Hertha BSC und da hat es dann nicht so funktioniert, wie er sich das vorgestellt hat, dann viele Stationen auch durchlaufen hat in den Jahren danach. Aber das war ja dann verletzungsbedingt, weil ich habe das jetzt überhaupt nicht am Schirm, warum er seine Karriere schon so früh beendet hat. Ja, weil er ist dann ausgebotet worden in St. Pölten, oder? Hat dann irgendwie nicht mehr mittrainieren dürfen, wenn ich das recht im Kopf habe und dürfte dann darauf gepfiffen haben. Aber wenn man sich anschaut jetzt, wie weit er jetzt schon ist in seiner Trainerkarriere. Wie lange er auch jetzt in Salzburg schon ist. Er ist erst 35 Jahre alt. Also mit 35 in den Pro-Lizenz-Kurs reinzuschaffen, obwohl man eine aktive Karriere gehabt hat, ist schon richtig gut. Kurze Erklärung noch, es sind diesmal nur 13 Teilnehmer beim Pro-Lizenz-Kurs. Wer das vielleicht die letzten Jahre verfolgt hat, das waren in der Regel immer mehr. Das ist, weil der ÖFB da eine Änderung eingeführt hat, nämlich, dass es eine Mindestzahl an Punkten gibt, die man beim Assessment Center erreichen muss. Und es wird dann nicht einfach wie bisher von unten aufgefüllt, weil sie sich einfach mehr auf die richtig großen Talente fokussieren wollen. Und man muss und darf davon ausgehen, dass diese 13 TeilnehmerInnen wirklich was am Kasten haben, wenn sie es da reingeschafft haben. Das Assessment Center ist kein Kindergeburtstag. Wer ist denn der nächste Trainer oder Trainerin, den wir in Liga 2 sehen werden von dieser Liste? Also wir haben schon einige, die sehen wir aktuell mit Patrick N. Engel, auch ein Philipp Riederer, ein Dominik Clavoga. Wenn ich mich nicht täusche, noch immer der jüngste Trainer der Liga 2-Geschichte, als er damals den FAC übernommen hat. Oder ist er da schon überholt worden? Das ist so ausgehen. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber ich glaube, da war er 28, also auch schon einige Stationen hinter sich, auch in Portugal, in Deutschland. Jetzt wieder vereinslos auf Klubsuche. Alexander Gizhoff, Co-Trainer beim LVC gewesen, gleichwertiger Trainer an der Seite von Miriam Möretz. Hat er ja selber immer betont, der Mitte auch. Genau. Aktuell eben Co-Trainer von Nikon El Maestro. Nestor. Nestor ist es. Nestor. Nestor. Entschuldigung, natürlich. Nestor El Maestro bei ZSK Sofia. Glaubt ihr, dass der überhaupt wieder zurück will nach Österreich oder will sich der in Bulgarien da weiter durchsetzen? Ich kann mir gut vorstellen, dass der wieder zurückkommt. Ich bin nicht ganz sicher. Ich glaube, dass die Familie zum Teil zumindest weiter da ist. Also ich weiß noch, dass er öfter mal in Wien ist. Also irgendeine Connection gibt es noch. Ich kann mir schon vorstellen, dass der in Österreich, wenn sich da was auftut, schon noch einmal kommt. Ich meine, vielleicht jetzt nicht, aber sagen wir uns, wie es ist, die Halbwertszeit eines Trainers bei ZSK Sofia ist enden wollend. In der Regel. Ich wünsche es ihm nicht, aber ja. Aber ich verstehe den Schritt doch. Ist ja nämlich auch Erste Liga und ZSK Sofia ist jetzt in Bulgarien auch nicht irgendein Verein. Ist sein Lieblingsfeind. Ja, das auch noch. Schlägt sein Herz noch dafür. Von daher, ich glaube auch, dass er eines Tages wieder zurückkommen wird. Vielleicht kann er ja auch den Miron Muslic bei ZSK Sofia machen. Ich meine, Miron Muslic nach Belgien gegangen als Co-Trainer von Thalhammer. Dann war Thalhammer weg. Muslic hat übernommen und funktioniert seitdem. Also das ist einfach eine Erfolgsgeschichte in Belgien, die Miron Muslic da hinlegt. Könnte ja vielleicht auch Alexander Gizhoff, so ein bisschen als Co-Trainer kann man schon auch auf diese Interimslösung manchmal schielen. Und dann kann aus einer Interimslösung ja auch eine längerfristigere Lösung werden. Ich meine, wenn irgendein Verein einen großen Namen will, Stefan Mayhofer kann es jetzt schon mal relativ schnell gehen. Also ich glaube, dass jetzt mit dem Sprung in den Pro-Lizenz-Kurs der Schritt aus der Akademie Burgenland als Individualtrainer weg schon im Fokus steht für ihn. In mir wächst gerade eine Idee. Wir haben in der Answer-Konferenz über den Abgang von Thomas Silberberger gesprochen und den Gesichtsverlust dadurch ein bisschen auch von der WSG, dass da die Identifikationsfigur fehlt. Stefan Mayhofer. Der wäre auf jeden Fall ein Name. Der hat auch WSG-Vergangenheit. Boah, da keine Vergangenheit. Ein Stallgeruch hat Stefan Mayhofer überall. Ja, der kann ja überall reinwerfen. Also dieses Asset, von dem her das passt schon. Also ich könnte mir das sogar gar nicht so schlecht vorstellen. Wenn die WSG absteigt, vielleicht in Liga 2, Neuempfang in Wattens mit Stefan Mayhofer als Trainer. Wieso nicht? Ich glaube, dass Stefan Mayhofer eher einen Job bekommt in der Bundes- oder Zweiten Liga als wie eine Frau. Ja, das ist ja klar. Es ist immer ein bisschen auch ein Spiel mit dem Namen. Und wenn du einen prominenten Namen hast, dann hast du definitiv Vorteile. Da bin ich fix davon der Überzeugung, dass da viele österreichische Vereine einfach auch noch so gepolt sind, dass man eher auf den Namen blickt und weniger auf die Leistung oder auf den Inhalt, der dahinter steht, hinter diesem Namen. Es ist natürlich schade gegenüber anderen Namen, die wir aufgelistet haben, die nicht so eine große aktive Karriere hinter sich haben. Aber irgendwo haben sie das halt auch erarbeitet, diesen Namen und dieses Standing im österreichischen Fußball. Ja, da bin ich sehr gespannt, wer dann schlussendlich auch sich in Liga 2 da einen weiteren Namen machen wird. Viro Muslic habe ich jetzt auch nicht so auf dem Zettel gehabt. Und dass der jetzt so eine Karriere hinlegt in Belgien, Chapeau. Damit sind, glaube ich, die Trainer abgeschlossen. Wir machen weiter. Patrick, ein bisschen aktualitätsbezogener, dein Thema. Bei mir geht es um The Rise of André Leibold. Und Kulturschock. So stelle ich mir seine Ankunft in Lafnitz vor. Beim SV Darmstadt vor zwei Jahren hat er vor 28.000 Zuschauern in der 2. Bundesliga deputiert. Danach stotterte der Motor. Beim SV Lafnitz soll die Karriere wieder Schwung bekommen. Mission erfüllt. Auch wenn er manchmal auf dem Feld ein bisschen lustlos wirkt, gehen seine Aktionen so gut wie immer auf. Er ist an 47 Prozent der Lafnitz-Tore direkt beteiligt und dadurch das Um und Auf der Offensive. Man sollte die restlichen Spiele von ihm genießen, denn es werden die letzten von André Leibold in Liga 2 sein. Überragender Kicker. Haben wir das letzte Mal auch schon besprochen. Am Wochenende wieder. Doppelpack geschnürt. Und die Art, wie er am Ball einfach auch wirkt. Das ist komplett konträr zu anderen Liga 2-Spielen. Der ist auf du und du mit dem Ball gefüllt. Vor allem für einen Flügelspieler hat er ja auch elf Tore einfach erzielt in diesen 19 Runden und drei Assists geliefert. Ich finde es immer so, so leiband bei ihm, wenn er ein Tor schießt, man sieht ihn die Freude nicht immer so an. Also er wirkt dann eigentlich immer so, passt, ist drin und weiter geht's. Mario Palotelli-Style. Mehr oder weniger so, ich schieße jetzt der Partikel und dann bin ich weg von da, so in die Richtung. Ich will ihm nichts unterstellen, auf keinen Fall. Aber er wirkt teilweise immer so ein bisschen lustlos. Henri hat seine Asenalte-Tore teilweise auch nicht bejubelt. Ja, aber es waren auch sehr viele. Einige schon, viele war aber auch einfach nur so. Mimik, ja okay, aber das war eher der Coolness-Faktor bei Thierry Henri und der hat damit gespielt. Willst du jetzt André Leipold den Coolness-Faktor absprechen? Nein, aber bei Thierry Henri hatte das trotzdem, finde ich, eine andere Wirkung, weil er vielleicht mit der Mimik weniger gemacht hat, aber trotzdem ist er dann schon eben auch in die Kurve gegangen und hat sich feiern lassen. Also ich meine, okay, wo soll André Leipold in Lafnitz hinlaufen, in die Kurve, wo ist er? Er läuft am liebsten auf jeden Fall von rechts außen in die Mitte und schließt dann ab. Also er gibt mir wirklich so ein paar Robben-Vibes. Also die meisten seiner Tore erzieht er ja so. Und ich glaube, jetzt nach 19 Runden ist er jetzt auch wieder zum Wählen bei der Hütten-Gaudi. Drei davon hat er gewonnen und ich glaube für fünf war er nominiert oder so. Also wenn er Tore macht, dann macht er eigentlich auch fast nur Schöne. Und hat halt im 1 gegen 1 wirklich Qualität. Ja, Wahnsinn. Also hat ein Portfolio an Tricks, die gut funktionieren. Die wird er nächstes Jahr mindestens in der österreichischen Bundesliga, glaube ich, auspacken. Aber wir haben uns ja auch gesagt, bitte, willst du noch was anderes zu André Leipold sagen? Ja, recht interessant. Er war ja im Salzburger Nachwuchs einst und hat ja dort... Mit Michael Steiner, oder? Und der Michael Steiner hat gespielt und das ist ja auch die Connection, warum der jetzt eigentlich wieder in Österreich ist. Viele Stationen auch in der Jugend. Ich glaube, der war bei den Bayern auch. Ein halbes Jahr bei den Bayern auch, oder? Unter Haching, also da waren viele Vereine mit dabei. Wir haben uns heute aber auch ein bisschen zur Aufgabe gemacht, wer sind neben André Leipold-Kicker, die wir perspektivisch vielleicht schon in der kommenden Saison auch in der Bundesliga oder weiter oben sehen werden. Echt? Ja. Das war ursprünglich sein Take. Das war... Nein, nein. Also schau, wir haben ja zumindest ein paar potenzielle Fuchsballer. Ja, du schüttelst das ja raus. Einfach so. Aber schau, Patrick und ich, wir haben uns auf jeden Fall vorbereitet, Harald. Das macht ja nichts. Wenn hast du oben stehen, wo siehst du Potenzial, dass einer Richtung Bundesliga durchstarten könnte? Ohne GRK-Bezug jetzt. Ohne GRK, genau. Ohne GRK-Bezug. Also ich habe einmal da gedacht, ein Winfried Amor auf jeden Fall. Soll ich alle aufzählen? Nein, gehen wir Winfried Amor kurz durch. Ich finde ja auch, die Entwicklung ist bemerkenswert in dieser Saison. Und beim DSV Leoben, wenn man in der Vorsaison bei Kappenberg hat das schon einen guten Step hingelegt. Wirklich gute Phasen gehabt. Aber jetzt ja dieses Zusammenspiel mit Danny Alla. Also eigentlich, wenn du sagst, Winfried Amor gehört in die Bundesliga, dann musst du diesen Transfer eigentlich mit einem Danny Alla-Transfer koppeln. Die gibt es ja in Doppelbock, ja. Ja, weil die funktionieren einfach. Ich meine, Amor hat in der Saison schon fünf Tore von Danny Alla aufgelegt. Also das funktioniert einfach. Das ist wirklich ein Perfect Match, das sie da auf dem Feld haben. Ich mache gleich weiter mit einem anderen Namen. Einer, der auch im U21-Nationalteam schon ein paar Mal gekickt hat. David Riegler. Zu Saisonbeginn beim SKN so ein bisschen außen vor gewesen, aber seit Monaten wieder gesetzt. Der gefällt mir extrem gut. Jung einerseits. Und für das, dass er 21 Jahre ist, ist er rein von der Körpersprache schon viel weiter. Wirklich ein aggressiver Innenverteidiger, den jedes Team eigentlich auch braucht. Ja, Typ Führungsspieler. Finde ich auch, gefällt mir auch richtig gut. Also der bringt fast alles mit, was du als Innenverteidiger brauchst, um auf höherem Niveau zu realisieren. Und da, ich gehe davon aus, dass gerade im Sommer, nachdem jetzt diese Kooperation mit dem VfL Wolfsburg wegfallen wird beim SKN, dass diese Spieler vielleicht noch mehr in der Auslage sind, als sie vor dieser Beendigung gewesen wären. Apropos SKN, dann habe ich auch noch auf der Liste Keiblinger. Glaube ich auch, dass der für die Bundesliga geeignet ist, bereit für den nächsten Step. Also sehe ich schon bei ihm. Und warum nicht auch Luki Brückler vom Schwarzen Spregenz? Ich meine, der ist jetzt von der Salzburger Liga gekommen, keine Anlaufschwierigkeiten gehabt in Liga 2. Ich glaube, auf 8 Tore steht er gerade. Warum nicht gleich auch dieses Können in der Bundesliga zeigen? Man war doch im Winter schon in Lust in einem Gespräch, oder? Ich glaube, auch bei Alltag. Ich glaube, beide Alltagervereine und Blaubeis Linz auch. Also der ist ein klassischer Quali-Gruppen-Teilnehmer-Sommertransfer. Wie schnell es dann geht, von der Salzburger Liga, Liga 2, hast du eine gute Phase und schon bist du in der Bundesliga. Ich finde immer, wie geil das sein muss, einfach für diese Kicker rein von der Gehaltssteigerung innerhalb von zwei Jahren. Also so einen Multiplikator, den hätte ich gerne mal, oder? Ich komme auch, wenn du in der Quali-Gruppe spielst, verdienst du schon einiges mehr als jetzt in der Salzburger Liga. Jetzt wissen wir da nicht irgendwie was. Ja. Ja? Aber ich glaube, dass allein der Sprung dann in die zweite deutsche Liga oder so, das wäre dann schon noch einmal eine andere Baustelle. Oder Schweiz. Oder Schweiz. Das mit Sicherheit auch. Ich spiele einfach mit und sage, der Lieferenkader. Ja, das war es schon. Also ich habe noch aufgeschrieben, Fabian Wohlmuth, auch der Rechtsverteidiger, ähnlich wie Kaiplinger, vielleicht jetzt in dieser Saison mit noch mehr Offensivdrang, der geht für mich Step by Step in Richtung Bundesliga. Letzte Saison schon bei Lafnitz gute Ansätze gezeigt und ja auch zum U21-Teamkicker geworden. Also da ist der Weg eigentlich auch Richtung Bundesliga geebnet. Ähnlich sehe ich es bei Arja Malic, 18-jähriger Innenverteidiger, 18-jähriger Innenverteidiger. Der ist Vorrit, der ist schon aktueller U19-Teamspieler Slowenien. Er hat sich blendend weiterentwickelt in dieser Saison, beziehungsweise etabliert in dieser Saison in der Innenverteidigung. Gilt auch für Jakob Schöller, finde ich, von der Admirer. Ich meine, der ist jetzt auch erst 18 geworden, am Ende des 2023er-Jahres und mit seinen 18 Jahren hat er jetzt auch die letzten Spiele, was ich mitbekommen habe, schon stark performt. Also da bin ich auch gespannt, wie es für den dann weitergehen wird. Mein letzter Name noch ganz kurz. Sedomir Bumbic von der WNR. Also das ist auch sein Kilometerfresser auf der Seite. Den könnte in der Bundesliga auch jemand, vor allem vielleicht eher von der unteren Region, gut gebrauchen. Ich hätte noch einen Namen, der nicht mehr der Jüngste ist, der mir aber eigentlich jedes Mal, wenn ich ihn sehe, gut gefällt und der, finde ich, noch einmal eine Chance in der Bundesliga verdient hätte. Albin Gashi. 27 Jahre schon zwar, aber der ist einer, den ich mir in der Bundesliga auch ganz gut als Joker vorstellen könnte, der dann so in der letzten halben Stunde wirklich noch einmal frischen Wind reinbringt. Spektakulärer Kicker. Und ja, GERK, KARA an sich sind wir eh schon gefühlt in der Bundesliga. Also da werden viele, die wir jetzt noch in Rot sehen, in Liga 2, die werden eben dann in der kommenden Saison in der Bundesliga spielen. Würde aber dennoch gerne einen herauspicken, weil er wirklich in diesem Jahr, bis er richtig aufzeigt mit Lewan Eloschwili, der ist der große Gewinner dieser Wintervorbereitung, seit 2024 eigentlich gesetzt und gefällt mir sehr gut, ist an vielen offensiven Aktionen beteiligt und ruft das jetzt eigentlich ab, was ich mir bei ihm schon nach seinem GERK-Transfer erwartet habe. Also jetzt passt auch wieder die Entwicklung bei Lewan Eloschwili. Und es gibt natürlich auch andere Spieler, die sich in den letzten Jahren über Liga 2 für höhere Aufgaben empfohlen haben. Und das ist mein Thema, wenn du schon fertig bist damit. Bitte. Dann mein Take, beziehungsweise meine Headline. Jam, Schubert, Karagryl oder Tabakovic. Sie alle haben Liga 2 als Sprungbrett genutzt, doch es gibt auch einige, die nicht gesprungen sind, sondern eher seitlich weggehüpft sind. Erfolgsgeschichten gibt es aber auch hier zu erzählen, denn das sind meine Liga 2, Entschuldigung, das sind meine After Liga 2 Klo-Ups. So und jetzt würde ich gerne diese drei Spieler, die ich da herausrecherchiert habe, ein bisschen mit euch durchgehen, denn es gibt ja wirklich interessante Namen. Die hat man vielleicht gar nicht so auf dem Zettel, aber ich habe sie wirklich auf dem Zettel, nämlich vor mir. Ein Arlin Roman, damals noch Vorwärtssteier, ich glaube Vorsteier, Stadl-Powder, dann auch in einem Städten gekickt. Der ist wirklich momentan eine Nummer in der rumänischen ersten Liga bei ACSM-Politechniker Iasi. Ist dort Top-Goalgetter mit neun Toren und vier Assists. Der ist zwar mittlerweile schon 30 Jahre, aber der hat eben wirklich im Herbst, ja zu Beginn, ja doch Herbst seiner Karriere, im August seiner Karriere, na sagen wir September, Anfang September, hat er sich wirklich auch im Profigeschäft jetzt durchgesetzt. Kann man ihm nur gratulieren. Wirklich guter Kick hat mir auch schon in Österreich vor allem beim Städten gut gefallen. Ja, Mann der ruhenden Bälle in Liga 2 auf jeden Fall. Also klassischer Oldschool-10er finde ich auch, gell? Also so wie es es in den Nullerjahren zu Genüge gegeben hat, so ein bisschen eine aussterbende Art, aber Arlin Roman verkörpert das mit seinem Sein. Weiterer Spieler, der auch Vorwärtssteier-Vergangenheit hat, Cukwu Puikem Ikwu Imesi. Einst Steier, heute Serie A, der wechselte 2021 von Steier nach Slowenien. Bei Celia war er dann überragend in der Saison 2022, 2023 mit neun Toren und fünf Assists und dann kam der Wechsel in die Serie A für 1,8 Millionen Euro zu US Salernitana. Ich meine, wer hätte sich das gedacht? Das ist ziemlich lustig, den hatte ich nämlich gar nicht am Schirm und vor ein paar Wochen mal einfach die Fußballergebnisse der Serie A abgecheckt und Salernitana draufgedrückt, den Kader gesehen und dachte so, was ist das für ein Orga-Name. Ich habe dann auf sein Profil draufgedrückt und auf einmal stand da Vorwärtssteier und ich war so, was? Also ich habe das wirklich nicht am Schirm gehabt, dass der mal in Liga 2 gekickt hat. Respekt auf jeden Fall für diesen Karrieresprung. Tut sich jetzt zuletzt ein bisschen schwer. Standplatz wieder verloren, den er im Herbst gehabt hat, aber ja. Aber trotzdem soll Schlimmeres passieren. Hat ihn der Coppa gegen Juve trafen. 1-6 verloren, aber er hat trafen. Ja, den Zusatz hättest du jetzt weglassen können, aber wurscht. Aber ganz ehrlich, noch beeindruckender bin ich von The Rise of Barnabas Vaga. 2020, Liga 2, 2024. Die Hoffnung einer ganzen Nation, nämlich Ungarn. Der hat wirklich in seiner Karriere einen absoluten Karriereboost hingelegt. 56 Tore in den letzten 76 Ligaspielen in der höchsten ungarischen Liga. Der hat im Sommer bei Ferenc Varos unterschrieben. Der hat Paxi FC, so hat es sein Verein geheißen, 800.000 Euro dafür bekommen. War nicht sogar eine ungarische Rekordtransfer oder so? Ja, das kann sein, ja. Das kann sein. Und 2023 sein Nationalteam-Debüt gegeben. Und auch da läuft es. In den letzten fünf Spielen hat er vier Tore gemacht. Die letzten zwei hat er verletzungsbedingt gefehlt, aber davor eben vier Tore. In fünf Spielen. Alter Schwede. Mattersburg hat er, glaube ich, noch ein paar Spiele in der Bundesliga gemacht. Dann eben Lafnitz zuletzt und dann dieser Karriereweg. Lange bei den Mattersburg-Amateuren. Auch viel genäzt in der Auslege, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und nie so richtige Chance kriegt dann. Bei Mattersburg. Aber wie du sagst, Schobusler und Vaga. Hast du nicht sogar eine Geschichte mal über ihn geschrieben? Weil dadurch bin ich eben auch aufmerksam geworden. Ja, der Aral ist wegen mir aufmerksam geworden. Das kannst du jetzt selber auch schnapsen. Aber der Name Harald Brandl stand drunter auf jeden Fall. Und na, wirklich, da ziehe ich meinen nicht vorhandenen Hut gerade. Also wirklich, wir werden bei dieser Europameisterschaft, wenn verletzungsbedingt nichts passiert, werden wir wirklich in Ungarn. Barnabas Vaga stürmen sehen. Dahinter Dominik Schobuschlei. Attila Scholle in der Verteidigung wahrscheinlich. Ja, also wirklich ein orge Kombo, wenn man bedenkt. Überall Liga 2 gewesen. Zwei teuerste Transfer innerhalb von Ungarns, der Geschichte. Barnabas Vaga. Wer hätte sich das gedacht? Gleichzeitig hat Frenz Vares im selben Sommer von Debrecen Peter Barat geholt um 1,2 Millionen. Das habe ich vergessen jetzt zwischendurch. Schade. Aber wir haben ja auch noch, ich glaube beide habt ihr auch noch einen Spieler zumindest, der Liga 2 eben jetzt auch nicht als Sprungbrett für die Bundesliga genutzt hat, sondern in eine andere Liga gegangen ist. Ja, zwei sogar. Einer ist David Alaba. Ja, ist eben auch ein Liga 2 Kind. Vor allem nachdem wir uns schon ein paar Minuten im Kopf zerbrochen haben. Halt, der David Alaba ist ein Kind der 2. Liga. Es ist so. Und dann gibt es noch einen zweiten, der hat es tatsächlich nur in den Spieltagskader geschafft in der 2. Liga. Bei der Lustenauer Austria ist er zweimal am Bangle gesessen in der Saison 2006-7 gegen den FC Lustener und gegen TSV Hartberg, nämlich Erwin Zucanovic. Und Erwin Zucanovic hat danach 132 Spiele in der italienischen Serie A hinter sich. Vereine, bei denen, der unter Vertrag standen sind, jetzt einmal nur die italienischen, Kevo, Sampdoria, AS Roma, Atalanta, Genua, Spall. Nebenbei dann noch Gent und Kortreik und Eupen und Uerdingen und Karagümrück und Al-Ali. Al-Ali. Ja, kann sich sehen, dass er dabei ist. Ja, er war ein Typ und hat dann auch für das bosnische National die 38 Spiele in den Beinen. Aber bei solchen Spielern frage ich mich immer, hat man das zu jenem Zeitpunkt wirklich nicht gesehen, dass der so eine Qualität hat? Oder hat es danach erst so diesen Turning Point in einer Karriere gegeben? Genau. Ich glaube, bei manchen Karrieren ist das einfach so. Dann gibt es diesen einen Punkt und auf einmal funktioniert er. Das kann man eigentlich auch gut vergleichen, finde ich, mit Haris Tabakovic. Ich meine, davor war er auch eigentlich schon als Talent einfach in jungen Jahren. Dann ist die Karriere eigentlich mehr oder weniger unter dem Radar verlaufen. Und auf einmal bei Austria-Lussanau trifft er, trifft er, trifft er. Bei der Austria dann dasselbe. Und jetzt bei Hertha auch immer gesetzt und macht auch verlässlich seine Tore. Also ich glaube, es braucht einfach zeitweise diesen einen Karriere-Schritt, diesen einen Moment. Dann wirst du halt einmal eingewechselt, dann nutzt du deine Chance, dann spielst du dich fest und dann geht es steil auf. Du hast noch einen anderen mitgebracht aus den 10er-Jahren. Wieso? Ich hatte keinen mehr. Nein, aber ihr habt ihn eigentlich gegeben. Nein, weiß ich nicht mehr. Willowoye Novakovic. Ah ja, stimmt, da haben wir kurz beredet, ja. Der hat sich eigentlich auch über Liga 2, über den Lask dann für höhere Aufgaben angeboten, beziehungsweise ist dann auch ein Umweg gegangen, ist nicht direkt dann vom Lask zum 1. FC Köln gewechselt. Aber das hat mich damals auch geflasht, dass ich erstmals dann bemerkt habe, dass der auch eine Vergangenheit in Österreich hatte mit Novakovic. Ja, aber den wollte doch, war es nicht so, dass den der Lask unbedingt halten wollte, dass sie eine mündliche Vereinbarung hatten, aber halt eben nur eine mündliche Vereinbarung. Und er dann gewechselt ist, da hat es sogar meiner Meinung nach einen FIFA-Prozess gegeben. War das nicht Ante Budimir, oder ist Ante Budimir wieder eine andere Geschichte? Ante Budimir war zweite Bundesliga, oder? Also in der deutschen, der Ante Budimir. Ja, aber Ante Budimir ist aber auch eine Lask-Geschichte dabei. Ja, es gibt viele Lask-Geschichten. Ja, es gibt viele Lask-Geschichten. Ich habe den, war der nicht bei St. Pauli? Oder verwechsel ich den gerade schon wieder? Ja, bin mir nicht ganz sicher, aber jetzt momentan in der Liga und wirklich auch mit einer starken Torquote. Ja, Novakovic hat ja glaube ich auch vor seiner Zeit beim Lask. Machen auf, bitte. Jetzt schaue ich mir gerade den Budimir an. Ich glaube nämlich, Novakovic hat ja beim Martersburg und auch... Ja, aber schon, er war wirklich bis 2008 beim Lask. Budimir war beim Lask, dann bei St. Pauli, Gattone, Sanctoria, Mallorca und jetzt Ossasuna. Pamplona, Ossasuna. Wichtig, Novakovic, ich habe den, wo es bei Köln so aufgegangen ist, ich habe den nicht wirklich am Schirm gehabt, dass er da vor Österreich war. Ja, ich auch nicht. Und da Werner Gregoritsch in Martersburg gespielt. Ja, und war er nicht davor auch in Volzberg? Ja, und bei SRK Klagenfurt. Und bei Klubeiner See. Ich sage es, Afterliga 2, Kloops, damit auch abgeschlossen. Wir machen eine Pause und dann geht es weiter mit dem Gutenfokus. Werbung. Gemeinsam mit unserem Sportwettpartner Admiral blicken wir auf das Admiral-Topspiel der kommenden Runde, das da lautet Schwarz-Weiß Bregenz gegen den FC Dornbirn. Die Quoten sind wie folgt. Sieg Schwarz-Weiß Bregenz 1,90, Remis 3,60 und Sieg FC Dornbirn 3,40 nur? Ich meine, die Rothosen haben zwölf Niederlagen in Folge und Dornbirn hat nur eine Quote von 3,40? Haben die Bookies was falsch gemacht? Vielleicht hat sie es noch nicht drum gesprochen, dass sie zwölf Niederlagen in Folge haben. Hängen noch Mitte, Ende September fest. Ja, weil es ist ja wirklich weg, oder? Oder sie sind in der Sauna gerade. Ich meine, keine Ahnung. Der letzte Aufguss war zu heiß für die Bookies. Das wird aber nicht langweilig, solche Sauna-Jokes. Ja, das werden wir noch länger spielen. Bis zum Ende der Saison. 3,40 ist echt niedrig. 1,3 gegen Stripfing, 2,3 gegen Stumm, 2,3 gegen Kapfenberg, 1,2 gegen den FAC, 0,2 gegen St. Pölten, 0,6 gegen Leoben, 0,2 gegen Ried, 1,2 gegen Liefering, 0,3 gegen den GRK, 0,2 gegen Lafnitz, 0,1 gegen Dirtmira. Erneuter Trainerwechsel. Roman Ellens. Wie war die Ergebnisse für den Spaß? Dann wundern wir uns, warum wir so lang werden immer. Roman Ellens hat das Handtuch geworfen. Er hat die Sauna verlassen, das Handtuch geworfen, das sinkende Schiff verlassen, kann man das auch sagen. Den letzten Aufguss nicht vertragen. 0 zu 1 war der letzte Tropfen auf den heißen Stein. Jawohl. Ja, okay, aber es ist natürlich jetzt alles sehr lustig, aber für den FC Dornbein ist es nicht so lustig, die Situation. Sportlich, aber auch generell im Vereinsumfeld. Die Sauna-Geschichte, die hängt nach, auch jetzt in dieser Episode. Eregory übernimmt interimistisch wahrscheinlich bis zum Saisonende, würde ich einmal sagen. Und dann schauen wir mal, wie es weitergeht in Dornbein. Darf ich schon einen Tipp abgeben? Ich gebe einen Tipp ab, ja. Ich glaube, Dornbein holt ein X. Ich sehe vor mir ein unfassbares Vorarlberg-Tavi, das 2 zu 2 endet. Dornbein bricht den Fluch und gewinnt 2 zu 1. Eregory, das ist der Effekt. Ja, aber Markus Marder ist auch ein Effekt bei Schwarz-Weiß-Prägenz, solider Start in das Jahr. Welcher Effekt ist frischer? In der Innenrunde hat man 5 zu 0 gewonnen. Dere Eregory ist jetzt kein ganz neues Gesicht beim FC Dornbein. Ist schon länger eben auch in anderen Funktionen. Also von dem her kann man gar nicht sagen, dass es da den ganz großen Trainer effektiv hat. Die Innenrunde ist momentan aber auch schon lang entfernt. Wie hoch gewinnt Prägenz dann? 3-0. 3-0-Sieg für Schwarz-Weiß-Prägenz. Werbung Ende. Und auch heute wird natürlich unsere Admiral Liga 2 Fan-Kommentatoren-Challenge beworben. Und wir haben heute keinen Liga 2 Kicker, der das bewirbt mit einer Einsendung, sondern der Harald wird jetzt der On The Fly live hier ein Tor kommentieren. Und du weißt gar nicht, um welches Tor, welchen Treffer es sich handelt. Ich habe meinen inneren Hannes Christoffer jetzt gechannelt. Uh, da bin ich gespannt. Da bin ich gespannt. So, wir machen das ganz simpel. Ich zeige es dir jetzt am Handy und du kommentierst einfach drüber. Harald, bist du bereit? Ja, ich bin bereit. The Stage is yours. Oh, da kommt er am Stetten über links weiter. Ball wird abgebrockt. Marco Stacks, puh, den hat er echt schön reingemacht da hinten. Warte, jetzt schauen wir uns die Zeitlupe noch einmal an. Nimmt der Volley mit links und haut ihn ziemlich genau ins Eck. Komisch, dass da hinten niemand jubelt, aber das ist natürlich der Steiersektor. Aber ich finde, bei sowas kann man schon mal klatschen. Ausrespekt. Also, wenn ich die Augen zumache, dann klingt das wie der Hannes. Ja, ich glaube, du könntest gut in Spanien durchkommen mit dieser Art und Weise, wie du kommentierst. Ich habe mich extra bemüht, nicht zu emotional zu werden wie sonst immer. Okay. War sehr interessant. Es gibt sicher Leute da draußen, die es besser können. Ja, also macht mit, bitte www.lole1.at slash Fan-Kommi. Ladet eure Hörprobe hoch und in ein paar Wochen gibt es dann die drei Finalisten. So, zum Abschluss unserer Episode gibt es noch eine Fuck-Zwara-Konferenz-Rubrik. Es sind wieder einige User-Fragen reingekommen und wir starten mit der Frage von Michael, der mal wieder sehr pessimistisch ist und die Frage stellt, wie wird sich Blau-Weiß-Linz nächstes Jahr in Liga 2 schlagen? Michi, gar nicht, weil sie einfach nicht in Liga 2 spielen. Das beantworte ich jetzt mal selbst. Hugo Sanchez, wie wird sich der SV Waldern in Liga 2 machen? Gleich wie Blau-Weiß-Linz, weil sie eben auch nicht in Liga 2 kicken werden. So, jetzt eine etwas kritischere Frage vom Vogel. Wie großartig wird das 97. Städteduell Bregenz-Dornbirn und wie viele Zuschauer mehr kommen würden, wenn es nicht sonntags 10.30 angepfiffen werden müsste? Hat auch First Werner News die Frage gestellt, wie wir auf diese Fankritik reagieren wegen den Anstoßzeiten in der Admiral 2. Liga? Ich meine, es ist jetzt ja nichts Neues. Das haben wir jetzt eigentlich schon seit 2018. Richtig, ja. Ich übe Fankritik an den Anschlusszeiten der Admiral Bundesliga, dass da jetzt Spiele gleichzeitig mit Liga 2 am Freitag angesetzt werden. Das finde ich auch nicht so leibend, muss ich sagen. Aber ich verstehe auch die Herangehensweise, aus medialer Sicht den Spieltag noch ein bisschen zu verbreitern auf andere Tage. Dann hast du Freitag, Samstag, Sonntag. Ich weiß, das wird nicht gerne gehört, gesehen bei Fußballfans. Aber ist aus medialer Sicht dann eben auch besser zu bearbeiten. Und dennoch, ich weiß, der Vogel und Schwarzwald Bregenz, ich satze jetzt auch noch nicht so lange dabei in Liga 2. Es sind viele Vereine durch diese Schule gegangen, auch die Spiele in der ersten Saison. Tut mir leid im Nachhinein, das waren echt viele Sonntagsspiele. Aber man darf eben nicht vergessen, dass es auch immer zwei verschiedene Perspektiven gibt. Und wir haben vor allem bei diesem 10-30 Spieltermin auch sehr viel positives Feedback in den letzten Jahren erlebt. Und ich glaube, dieser Termin hat sich eben auch schon so gefestigt, dass viele Vereine auf diesen Sonntagvormittag automatisch gehen. Eben, es setzen einige Klubs immer wieder Spiele selbst am Sonntagvormittag an. Das muss man dazu sagen. Und das Zweite, was man dazu sagen muss, es ist ja in den TV-Rechten auch festgeschrieben, dass kein Team in einer ganzen Saison öfter als dreimal daheim und dreimal auswärts um 10.30 spielen muss. Bei einem Laola 1-Topspiel. Also das darf man nicht vergessen, weil ich glaube, Sturm 2 spielt die meisten Spiele... Spielt freiwillig am Sonntag fast alles. Aber diese ganzen Spiele, die da am Sonntag immer sind, ich glaube, in der 24. Runde sind es drei oder vier Spiele sogar. Wir haben davon eins gepägt. Die anderen Vereine setzen sich selbst am Sonntag um 10.30 oder Stripfing kurz um 11 Uhr. Das haben wir dann auf 10.30 geschoben oder um 12.30. Also dieser Termin wird von den Vereinen einerseits verflucht, aber andererseits finden es ein paar vielleicht gar nicht so schlecht. Und ich glaube trotzdem, dass die Stimmung am Sonntag grandios sein wird in Bregenz beim Spiel gegen den FC Thornbirn. Frage von Patrick Schimani, FAC Bundesliga, wann? Ist schon länger her. Ja. Ist schon länger her. Das war's. Boah. Die Frage kommt gerade aus dem Nichts für mich. Wann in Zukunft, meint er natürlich, gell? Über nächstes Jahr. In diesem Jahrzehnt noch? Entwicklung ist gut, aber es fehlt eben trotzdem noch an anderen Dingen. Um dann auch wirklich in der Bundesliga sich zu etablieren, aber... Geht's am FAC-Platz, es ist die Schnitzel-Sammel. Ja, aber ganz ehrlich, ähnliches haben wir auch vor einem Jahrzehnt über Habberg gesagt und jetzt sind sie ein gestandener Bundesligist. Nicht mehr lange vielleicht, aber zumindest die spielen Bundesliga. Also wieso nicht der FAC auch irgendwann einmal in der Bundesliga? Könnte ich mir schon vorstellen. Frage vom Johannes Leibetz-Eder. Ist die Quali-Runde die reelle Liga 2? Philosophisch betrachtet, nach der Tabellenteilung ja. Also ist das Liga 2 jetzt die Regionalliga? Naja, Regionalliga ist die Liga 3 geworden. Ja, Liga 3 geworden. Ja, also einen guten Input vom Johannes. Frage von Taktik-Fuchs. Wo am Kader muss der GRK nachlegen, um in der Bundesliga nicht gegen den Abstieg zu spielen? Wer sagt denn, dass der GRK in der kommenden Saison gegen den Abstieg spielt? Wer sagt denn, dass der GRK in der kommenden Saison Bundesliga spielt? Ja, ich, vor zwei Episoden. Okay. Du hast das eh. Erst, ich habe es dir eh schon gesagt. Das ist ausgemacht. Mittelfeldzentrale. Mittelfeldzentrale? Ja. Ist ja noch im Sturm. Ich glaube, der GRK wäre auf jeden Fall gut beraten, viel von dieser Aufstiegseuphorie mitzunehmen in die Bundesliga. Das kann dich vor allem über so eine erste Saison in der Bundesliga auch tragen. Und dann währenddessen anfangen, vielleicht auch den Kader zu adaptieren für die kommenden Jahre. Aber nicht die Euphorie zerstören und den Kader komplett ummodellieren. Großer Fehler. Frage von Dengar. Erfolgsfaktoren für Liga 2 gibt es die. Was wären die? Vergleich Top 3 und Aufsteiger der letzten Jahre. Schwer. Aber es gibt Erfolgsfaktor für Liga 2. Es gibt einen sehr entscheidenden Erfolgsfaktor, in jedem Spiel mindestens ein Tor mehr als der Gegner zu schießen. Das ist eines der großen Geheimnisse des Fußballs. Wir sollten anstelle von Baza einen Phrasenschwan langsam herlegen. Ja, so ein Angepister. Was soll ich dir fragen? Das ist jetzt meine Antwort. Nein, ich würde dir eher sagen, eben auch die Euphorie immer mitnehmen. Klar, wenn du absteigst in der Zweite Liga, dann gehört ein Kaderumbruch her. Aber auch von Regionalliga in Zweite Liga nicht den Flow killen. Ja? Ja. Passt sehr gut. Und nochmal länger. Oldies but Goldies. Legendäre oder aktuelle Top-Ü-30-Spieler der Liga 2. Ich habe 1, 2, 3, 4 Spieler rausgesucht. Du hast heute schon den Mucki Wieger erwähnt. Den kann man schon mal abhaken. Ronny Waldo. Oh, Ronny Waldo. Klar. Auch ein Klassiker. Ich hätte noch im Angebot Walter Schoko-Schachner. Die Geschichte habe ich schon des Öfteren erzählt. Aber trotzdem, er wechselte sich mit 44 Jahren als Trainer des FC Kärnten. In der letzten Runde, da war der Drops schon gelutscht. Der FC Kärnten stand als Aufsteiger fest. Hat er sich eingewechselt als Trainer. Und da denkt man dann, ja okay, dann hat er sich in der 89. Minute eingewechselt. Alles gut, so ein bisschen hin und her gelaufen. Nein, er hat sich in der 64. Minute eingewechselt. Das ist schon geil. In der 64. Minute. Der hat das, glaube ich, wirklich als Challenge gesehen. Also, vielleicht können wir das irgendwie nochmal rauskramen aus dem Archiv des ORF. Und ich würde mir einfach gerne diese Minute 64 bis 90 anschauen. Und mir Walter Schoko-Schachner mit 44 Jahren. Eher bis zum Schlusspfiff. Ich habe ja vorher gelernt, man geht nicht einfach so während dem Match irgendwo hin oder dreht dann ab. Ich hätte noch einen guten. Bitte. Martin Schwein-Nocher. Ja, da frage ich mich auch jetzt wieder, wie schreibt man diesen Namen? Hu, mit Emil Justus Nordpol. Ja, Klaus Lindenberger natürlich auch schon kenne. Ja, Comeback mit 47 Jahren. Ich glaube, da war er dann jetzt schon Sportdirektor oder so. Und dann haben sie irgendwie einen Engpass gehabt. Torwart-Trainer. Und dann ist er mit 47 Jahren nochmal ins LASK-Tor zurückgekehrt. In der Saison 2004-2005. Etwas jüngere Generation. Manfred Rabenhaupt. Vorwärtssteier. Zwei Legende eigentlich. hat mit 38 Jahren sein Liga-2-Debüt gegeben. Ich glaube, vor zwei Jahren gegen Wacker 2 unter Andreas Mieler. Entschuldigung, nicht Wacker 2, sondern Wacker. Ja, dann machen wir mal was extra dazu, oder? Da sind sehr viele Legenden dabei. Sascha Mitlitzki bei Pushing mit 38 noch. Dejan Stankowitsch mit 39 beim DSV hier oben. Die älteste Liga-2-Mannschaft ever. Ich bin jetzt eigentlich ziemlich begeistert, wie viele das sind. Also ich habe nicht am Schirm gehabt, dass da so viele über 38 dann auch in Liga 2 gekriegt haben. Heute für morgen. Heute für morgen, erste Liga. Stefan Weinberger. Nachdem BKK rechnerisch nicht mehr absteigen kann. Ja, das haben sie sich erwähnt auf Twitter. Wen erwischt es und welche Rolle spielt das Lizenzverfahren dabei? Haben wir eh schon letzte Woche thematisiert. Bisschen schwierig. Eine große Rolle. Ja. Eine große Rolle. Also ich glaube, das ist der entscheidende Faktor im Abstiegskampf. Ich glaube, der FC Thornbirn hat sowohl auf als auch abseits des Rasens. Überschaubar gute Karten. Ja, aber das bringt den anderen beiden Teams da unten eigentlich nichts, wenn Höft zu Dorn binden. Das bringt den anderen beiden nichts. Also die müssen hoffen, dass da irgendwer weiter darüber strauchelt. Da gibt es eher ein paar Vereine, die straucheln. Ja. Strieffing. 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 Und abschließende Frage. Franz Ferdinand. Skurrile Duelle auf anderen Plätzen. Wir haben es uns vorhin nochmal angeschaut. Ich meine, allen voran, dass Vestabi zwischen Austria Salzburg und Wacker Innsbruck am 1. April, passend dazu, oder? April-Scherz, 2016 am FAC-Platz vor 3.108 Zuschauern. Goldtorschütze für Austria Salzburg. Leonard Kaufmann. Das ist schon geil. Da war ich damals dort, war Goldtippartie. Ah, du. Also da war tatsächlich die ganze Oldschool-Fußballszene Wiens dort. Natürlich du auch. Und ich auch, ja. Ja, viel los. Es war viel los, ja. Es war richtig viel los. Da war ein Typ, der ist mit einer Red Bull-Jacke dort herummarschiert. Und das heißt einmal Eier haben, ne? Stimmt. Und der... Oder er kennt jetzt. Ich meine, das war so Red Bull... Kennst du diese Red Bull Racing? Ja, ja, natürlich, ja. Mit so einer, der dort über den Platz gegangen ist. Aber das ist ein eigener Schlagmensch, so mit diesen Red Bull-Jacken und dann den Red Bull-Cappy, wo vielleicht noch Sebastian Vettel oder so rum ist. Ja, ich glaube, das war eher so Fokuhila, aber völlig unbehelligt, hat er über den Platz marschiert. Woo! Da reißt es nicht einmal der Foki raus. Das ist normalerweise schon ein Lichtblick. Fußballfans in Gefahr. Was haben wir noch rausgesucht? Aufstiegsspiel Wacker Innsbruck gegen die Red Bull Juniors im Paschinger Waldstadion. Heimspiel der Red Bull Juniors damals. War ich auch dort. war auch Leimund, weil es mit Schlusspfiff so unfassbar zu schütten angefangen hat. Und ich war mit einem Kameramann dort und wir haben halt dann gefilmt. Wer war der dabei? Schlade, oder? Ivan. Ivan! Unser bulgarischer Kameramann. Wir haben gefilmt und er ist dann aber relativ bald, er hat zu mir gekommen und gesagt, können wir nicht mehr filmen, Kamera hat zu viel Wasser geschluckt. Ivan ist Legende, definitiv Ivan. Ja, der Himmel hat zum Weinen begonnen vor Freude, dass Wacker wieder aufgestiegen ist. Ein paar Jahre später ist es eher aufgrund von Trauer. Ja, an diesem Wochenende haben wir auch einen skurrilen Ground gehabt beim Grazer Derby mit Wiener Neustadt. Mit Wiener Neustadt, ja. Striffing mit Florensdorf sowieso, Sturm zwar generell in Wiener Neustadt, aber hat er auch vor zwei Jahren die Situation gegeben, St. Pölten in Wiener Neustadt oder auch eben in dieser Saison aus der Salzburg 2015, 2016 auch in der MV-Ring. Ja, da muss man einige Male auswählen. Stimmt, ja. Es gibt ein paar klassische, früher ja auch Wörthersee-Stadien, die auch diverse Vereine ihre Heimspiele austragen. Ein V-Arena-Austria-Europa-Cup-Spiel in St. Pölten. Das kann nicht so lange her, ich weiß jetzt aber nicht mehr warum. Untertasen Fink, wenn ich das recht im Kopf habe. Ja, stimmt. Ja, wieso? Das war, ich weiß nicht mehr warum, ja, aber wieso? Wieso? Sag mal jetzt. War vielleicht der Umbau noch, bin ich ganz sicher. Bis zur nächsten Woche, wissen wir es. Das soll es dann aber auch gewesen sein von dieser Zwarer-Konferenz. Wir sagen danke fürs Reinklicken und zum Abschluss, wie immer, die Bitte, supportet die Zwarer-Konferenz mit Likes, Follows, Sternen und Hotcatcher eures Vertrauens. Und zum Abschluss, wie immer, tragt es in die Welt hinaus. Viva La Liga 2. Ciao. Ciao. Servus. Was? Bitte? Jungs und Mädel, ich schaue Liga 2. Was? Bitte? Ich schaue Liga 2. Was? Bitte? Ich schaue Liga 2. Du auch? Nein, ich habe gewusst, die Frau kommt vor dir. Zwarer-Konferenz, der Podcast zur zweiten Liga bei Lowlines.